Ja, findest du. Das wollte ich vorhin übrigens noch sagen, das ist übrigens ein Wahnsinn, was die Community von euch, von uns, wie die einfach mitdenken. Und das meine ich auch im Transferjournalismus. Hier drin oder wo auch immer, das sind ja teilweise, jeder möchte so ein bisschen Reporter sein. Wir haben am Freitag in der Sendung, das kann ich auch an der Stelle sagen, es gab einen, vielleicht treffe ich mal persönlich, der war bei einem Testspiel von Augsburg letzte Woche. Und da war ein Spieler, der war da mit dem Kaderplaner unterwegs. Und dann hat er, der hat das so gerochen, und hat gesagt, wer ist das, hier kenne ich nicht, heavy Augsburg-Fan. Dann hat er Selfies mit dem gemacht. Dann ist er dann, also ganz normaler 15-Jähriger, dann zum Kaderplaner, zu Stefan Reuter, zum Trainer. Und die haben ihm alle gesagt, ja, bald und dies und das. Und dann hat er uns das geschickt und hat gesagt, wer ist denn das? Und wir wussten es nicht und dann haben wir recherchiert. Jetzt hatten wir dann den Namen, Warren Bando oder Banda, ich weiß nicht mehr, wie er hier ist. Und dann haben wir es aus Augsburg bestätigt bekommen. Also das ist auch mega interessant und viele denken ja auch total proaktiv. Also manchmal gibt es auch im Februar Jungs oder Mädels, und schreiben hier, wir haben den Grafenberg gesehen, kann das nicht mal einer für Bayern werden? Also da gab es wirklich welche, die uns das angeschrieben haben. Da hatte ich den ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Verfolgst du das selber auch auf Twitter zum Beispiel? Da gibt es ja mittlerweile so eine richtige Fußball-Community, die sich da auch gebildet hat. Und also ich muss sagen, ich bin da sehr aktiv und lese auch super gerne mit, weil ich da auch dann teilweise so taktisches Wissen so ein bisschen nachholen kann, weil ich dann halt da Leute sehe, die sich halt mit Vereinen natürlich nochmal viel anders und viel intensiver auseinandersetzen als ich. Ist das bei euch auch so? Ja, das hat wahnsinnig zugenommen. Also ich meine, ob ich das jetzt auf Instagram vergleiche oder bei mir, also die Leute schreiben ja auch, ich sage jetzt nicht, dass ich am Tag 200 Nachrichten bekomme, aber 199 sind es und dafür sind 190 immer die gleichen Fragen, kommt Ronaldo jetzt doch. Und das ist halt irgendwann... Gehen wir später drüber. Ich will nicht sagen, dass das irgendwann nervt. Das ist, man muss halt aufpassen, dass man als Reporter heute, man verliert sich schnell in diesem Handy und man verliert sich schnell in diesem Engagement und man muss aber auch sagen, das darf man immer nicht vergessen, da drinnen findet immer noch sehr viel in der Anonymität statt und Robby kennt das auch. Mich kann nicht jeder leiden, ihn kann nicht jeder leiden, aber das tut auch einem Reporter auch mal weh, wenn er von der Community auch mal kritisiert wird oder auch mal diffamiert wird. Jetzt neulich hatte ich mal in der Sendung eine zu enge Hose an, da war ich für die Hälfte der Community fett. Also ich bin jetzt vielleicht nicht dünn, aber ich möchte nur die Sensibilität dafür entwecken, dass das auch was mit uns macht, mit uns Reportern, wenn wir im Internet kritisiert werden und wir sind so klein im Vergleich zu einem Spieler, der vielleicht mal Morddrohungen bekommt und so weiter. Also Community ist cool, fühlt sich auch cool an, wenn man Lob bekommt. Es hat aber auch viele Schattenseiten. Es ist ein Statement, wo man, finde ich, mal klatschen kann. Finde ich super. Vielen Dank. Kriegst du auch viel Quatsch geschickt? Du musst wahrscheinlich auch selektieren bei den Transfergerüchten. Ich erinnere mich, ein Kumpel aus Südamerika, der wohnt in Brasilien, der hat mir vor zwei Jahren einen bolivianischen Artikel geschickt, irgendeinen angeblich einen Granatenspieler aus Bolivien, der zu Stuttgart wechseln sollte und so. Davon ist wahrscheinlich 80 Prozent bei dir, oder? Das Problem ist, dass es Quatschreporter gibt. Es gibt einfach zu wenig seriöse Reporter, die auf Doppelprüfung auf sind, die einfach, es gibt, also ich kann jetzt sehr, sehr viele nennen, die einfach einen geilen Job machen, die zu Recht ihre Follower haben bei Twitter, die zu Recht in den Sendungen sitzen, aber es gibt einfach zu viele, die einfach wissen, dass sie irgendein Mistgerücht in die Welt setzen können, wie zum Beispiel Ronaldo oder, oder, oder und alle steigen darauf ein. Und das ist, glaube ich, ein Kritikpunkt meinerseits an der Community, dass die Community, wenn gleich, wer auch immer das sein mag, zu gutgläubig ist. Also man muss dann auch, irgendwann ist dann auch mal gut, wenn jetzt der fünfte Bayern-Boss gesagt hat, Ronaldo kommt nicht, dann wird der nicht kommen. Aber ganz kurz wegen dem Bayern-Boss, Beispielsweise Oliver Kahn hat gesagt, Schluss, aus, basta, Leandowski wird nicht gehen. Ja, aber da war es ja klar, dass das Verhandlungstaktik ist. Ja, aber irgendwie traue ich dann nicht mehr den Leuten, die sagen, nee, Ronaldo wird nicht, also ich weiß, dass er nicht kommen wird, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, weil ich finde, man kann ja immer nicht so, einfach mal so 100% sagen, ja gut, das wird jetzt stimmen, was er gesagt hat. Absolut guter Punkt. Aber was ich wirklich abschließend mal sagen möchte und ich habe mich darauf gefreut, das mal zu sagen, ich bin ja ein großer Kritiker von zum Beispiel Blogs oder Foren oder wie auch immer und es gibt ja viele, die momentan seit Jahren auch davon, wir twittern etwas, wer anders konvertiert das zu einem Artikel und dann ist Artikel draußen. Jeder, der jetzt hier zuschaut, möchte ich auch mal die Sensibilität dafür entwickeln. Wenn das nicht richtig übersetzt wird, was wir twittern oder was wir wiedergeben, dann fällt uns das zum Beispiel auf die Füße, weil... Dann heißt es, der Blättenberg hat das und das gesagt. Ja, weil Folgendes ja passiert, beim FC Bayern in Wolfsburg, bei allen Vereinen laufen ja die ganzen Dinger auch durch den Tweet und da muss ja nur einmal stehen, Sky berichtet das, Sport1 berichtet das, Bild berichtet das, obwohl wir das gar nicht so formuliert haben, aber für viele Blogs ist dann sofort, Bayern holt die Licht, obwohl das dann gar nicht fix ist. Also das fällt uns manchmal auch auf die Füße, das sind so kleine Kämpfe, die wir auch im Reporteralltag haben und da wünsche ich mir auch von allen, die unsere Artikel mal so nehmen und konvertieren, so ein bisschen auf die Bremse manchmal, weil das, manchmal ist es echt too much. Also deine Zitate hier werden morgen aus dem Kondex gelöst. Sehe zu allem, was ich gesagt habe. Muss ich plötzlich auch beipflichten, es wird super viel Copy-Paste gemacht und das Gehalt wird dann irgendwie, je öfter das irgendwie multipliziert wird, das Gehalt wird immer mehr und dann irgendwie kommen Dinge, die irgendwie an sich nicht stimmen und vom Ursprungsartikel halt irgendwie noch relativ wenig übrig ist. Ja, vor allem, was mir aufgefallen ist, ich sehe es jetzt nicht aus so einer Reporter-Perspektive, sondern Tone wird euch das bestätigen können, wenn man dann auf Social Media unterwegs ist und irgendwie streamt oder Videos macht, dann kommt häufig, hast du schon gehört, Ronaldo hat gesagt, der will zu Bayern. Und dann denkst du dir so, nee, also habe ich nicht gehört, weil ich mir 100% sicher bin, dass er es nicht gesagt hat. Aber dann hat das irgendwo einer da aufgeschnappt, dass der das intern vielleicht mal gesagt haben könnte, aber dann gibt es halt direkt 10 Leute, die daraus eine legitime Quelle machen. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen und ich glaube, dass das vor allem dann im Reporter- und Journalismus-Dasein dann doch nochmal ein viel größeres Problem ist, weil du am Ende dann derjenige bist, der als die Ursprungsquelle da manchmal angegeben wird. Und manchmal denke ich mir, da könnten Spieler uns auch mal danken, weil die Tatsache, dass sie diesen privilegierten Job haben, also wir haben auch einen Traumjob, ihr auch, aber dass sie so viel Geld verdienen, so einen geilen Job ausüben, hängt auch viel damit zusammen, dass sie einfach jeden Tag präsent sind, jeden Tag durchgespült werden. Also ich glaube, manchmal nervt es vielleicht auch, aber das wird auch, das wird immer noch mehr zunehmen. Luca, wie ist es bei dir als Spieler? Siehst du dich solchen Problemen auch ausgesetzt? Hast du auch schon mal solche Momente gehabt, wo du dir gedacht hast, okay, da wurde jetzt gerade wirklich komplett was aus dem Kontext gerissen? Eine Sache, die mir einfällt, ich weiß nicht, ob du da jetzt was in der Show zu sagen möchtest, du hattest mal so ein Ding mit einem Instagram-Bild, mit Florian Wirz war das, glaube ich. Ja, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das war nach dem Spiel, also saß ich mit Sally Ötchan zusammen in der Dopingkontrolle und wir haben gesagt, ja komm, können wir ein geiles Derby-Sieg-Bild posten jetzt mal. Und dann habe ich schnell geguckt, habe mir drei Bilder rausgesucht, wo ich irgendwie in Action war und habe dann die Willküle dich irgendwie in der Reihenfolge hintereinander hochgeladen, euer Handy weggelegt, dann konnte ich nicht pissen, anderthalb Stunden und dann gucke ich auf einmal auf mein Handy und dann stehen da, das waren zwei, dreihundert Kommentare innerhalb von, keine Ahnung, nur Hate-Kommentare und ja, wie kann man sowas machen? Dann auf einmal meine, die DMs, Sorry, dass ich kurz unterbreche, erklär einmal für die, die es nicht mitbekommen haben, den Hintergrund. Ja, Florian Wirz hat sich in dem Spiel ja das Kreuzband gerissen, mit mir im Zweikampf, was ein ganz normaler Zweikampf war, wo jetzt irgendwie nichts Böses war, aber es natürlich für ihn total bitter war, ja und man natürlich da den Frust auch von den Fans, von den Leverkusener Fans dann auch verstehen kann oder ich glaube auch von den Fans in ganz Deutschland, weil ja, ihm natürlich so Zeit geklaut wurde, sich auch für die WM weiter in den Fokus zu spielen und was natürlich auch für, glaube ich, unser ganzes Land, was war, was echt nicht cool ist und echt scheiße ist. Was nichts daran ändert, dass ich natürlich diesen Post damals nicht gemacht habe, weil ich das so geil fand, dass Florian Wirz sich da das Kreuzband gerissen hat und ich mit ihm im Zweikampf war, sondern einfach nur aus einer Emotion heraus, aus irgendwie purer Freude, dass man jetzt diesen Derbysieg gegen eine Mannschaft, die natürlich auf dem Papier deutlich stärker ist als wir, einfach errungen hat und dann irgendwie schnell diesen Moment irgendwie teilen wollte und einem gar nicht bewusst war, dass da irgendwie das auf, ja, mit ihm dann, dass er da auch in dem Bild lag und ich das gar nicht so wahrgenommen habe und dann siehst du auf einmal 300 Kommentare und 400 Nachrichtenanfragen, in denen dir dann, keine Ahnung, was gewünscht wird oder angedroht wird. Und das Erste, was passiert ist natürlich, dass dir dann in den Mund gelegt wird hier. Julian findet das super, dass sich ein gegnerisches Spiel aus Kreuzband reißt. Genau, ja, und obwohl das natürlich überhaupt nicht der Fall ist, ich habe das natürlich dann auch direkt gelöscht, rausgenommen, hat natürlich dann ein bisschen gedauert, weil halt die Dopingprobe noch da, dazwischen, da gibt es noch ein paar Experten, ja, wie kann man das denn so lange drin lassen und bla bla bla. Das ist natürlich, ich habe das natürlich direkt rausgenommen und natürlich direkt einen neuen Post gemacht, habe ich natürlich bei ihm dann auch nochmal, entschuldige ich mich, nochmal gemeldet, dann auch nochmal offiziell den Weg über Instagram genommen. Hat er darauf reagiert dann auch? Ne, glaube ich nicht, ich glaube jetzt. Ich glaube, er hat dann aber auch genug Nachrichten bekommen, ich denke, es wird einfach untergegangen sein und ja, war natürlich dann auch für mich dann nachher dann nicht schön, was dann für Nachrichten reingekommen sind. Das war natürlich schon sehr hart, da habe ich mir dann auch so die Frage gestellt, muss das jetzt sein, aber ich glaube, man darf das einfach nicht so im Nachhinein an sich ranlassen, was dann manche Leute dann wirklich, wirklich dann einschreiben. Ich finde das dann manchmal immer interessant, wenn du dann auf die Profile von den Leuten gehst und dann steht da Mutter von drei Kindern oder Mike 13 I Believe in Jesus Bibel Philippinen 1.14 und dann schreiben dir du kleiner Dreck, ja Hurensohn, ich werde in der nächsten Ecke auf dich warten mit einem Messer und dir den Bauch stechen und keine Ahnung. Hey, du bist noch hier, das ist schon mal gut. Ja, keine Ahnung, das ist einfach nicht so schön und da hinterfragt man sich dann auch schon ein paar Mal. Ja, aber merkst du das auch, dass natürlich solche Kommentare nicht gehen, egal ob die öffentlich stattfinden oder dann in den Privatnachrichten, da, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber hast du auch das Gefühl, dass durch Social Media das doch extremer geworden ist? Du bist jetzt ein Fußballer, der ist ja quasi nur in so einer Generation aufgewachsen. Du kannst jetzt nichts darüber sagen, wie das vielleicht mal vor sechs, sieben oder acht Jahren im Profibereich war, aber fühlt man sich da auch manchmal so ein bisschen beobachtet, wenn man mittlerweile weiß, dass eigentlich alles, was man sagt, irgendwie durch einen kleinen Clip aus dem Konnex gerissen werden kann? Ja, auf jeden Fall und es gibt ja viel mehr Leute, die dann irgendwie das Schlechte suchen als das Positive. Es ist einfach so auf Social Media, es wird irgendwie, also habe ich das zumindest jetzt erfahren, es wird irgendwie viel, sich viel mehr daran geklammert, was jetzt eigentlich negativ ist und dann wird einem versucht, das irgendwie so ein bisschen aufs Butterbrot zu schmieren, als dann zum Beispiel sagen, ey, mega cool, dass du dich jetzt entschuldigt hast und dass du das klargestellt hast, sondern dann über Wochen, ich glaube zwei Wochen waren das, ging es dann weiter und weiter und weiter und es hat irgendwie kein Ende mehr gefunden, so habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also sehr viele Leute, die sich auf Social Media wirklich dann an den negativen Dingen irgendwie immer versuchen, dann zu klammern und einem dann versuchen, eher eins auszuwischen, anstatt dann das Positive zu sehen. Weswegen ich dann auch tatsächlich so auch dann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie hier jetzt Instagram-Posts zu machen, ey, ich lasse es einfach erst mal sein. Aber hast du da entweder privat oder von Köln, habt ihr da wie so einen Medienberater, der euch da auch zur Seite steht? Ja, da haben wir, also da habe ich mich dann nach der Aktion dann auch mit befasst. Ich habe dann auch gesagt, ja, wäre vielleicht dann gut, wenn ich jemanden hätte, der das vielleicht mal vorher so ein bisschen gegenliest, was ich dann poste oder was ich hochlade. Ja, weil ich halt auch einfach keine Lust mehr hatte, dann in so ein Fettnäpfchen dann irgendwie reinzutreten. Ich meine es jetzt unabhängig von Social Media auch bei Interviews und so. Man hört ja häufig oder man merkt es ja selber, wenn man vor allem mit den Spielern aus den ganz, ganz großen Vereinen redet, dass da halt wirklich einfach nur eine Phrase nach der anderen rausgehauen wird. Wir schauen von dem Spiel zum nächsten und wir gucken nicht auf die Tabelle. Nimmst du das auch so wahr oder ist das vielleicht bei euch in Köln noch ein bisschen entspannter? Wie siehst du das? Genau, Plätti hat es gerade gesagt. Es wird ja alles heutzutage, was man für Interviews gibt, wird ja nochmal gegengelesen und nochmal Korrektur von den Verantwortlichen auch nochmal überprüft. Und wenn da irgendwas steht, was nicht geschrieben werden soll, dann wird das einfach ausradiert. Die schriftlichen Dinge. Ja, die schriftlichen Dinge auf jeden Fall. Und dann ist das so. Natürlich wird man da begleitet, auch immer in jedem Interview vom Verein. Und der guckt dann auch immer, ob alles so ist, wie das sein soll. Aber ich finde, da müssen wir Reporter oder Journalisten, alle, wir sind ja dann auch, alle Journalisten, auch selbstkritisch sein. Wir haben einen Riesenanteil daran, dass die Jungs so sind, wie sie sind. Also ich sage immer, es gibt sicherlich einen Luca Kilian, der sitzt jetzt hier, aber es wird auch den Luca Kilian geben, der mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit verschränkten Armen konzentriert versucht, ein einfaches Interview zu geben, möglicherweise nach Spielende. Und da läuft diesem Luca Kilian ein fataler Nebensatz. Oder er verhaspelt sich. Hat er gar keine Zeit, zwischen Field und Kabine aufzufangen, was da schon für eine Lawine losgetreten würde. Und es ist viel zu viel Enthusiasmus im Journalismus, es ist viel zu viel übergepacet und es wird viel zu wenig verziehen. Und sage ich mal, wenn ich da immer sage, Thomas Müller ist einfach eine PR-Maschine, dem verzeiht man Dinge oder Artikulationen. Aber wenn wir das nicht in den Griff kriegen, wird es immer, es wird noch viel schlimmer werden, dann wird irgendwann kein Mensch mehr. Also es gibt ja einen Grund, dass die Menschen keine gedruckten Interviews mehr lesen, weil sie einfach zu langweilig geworden sind. Und die Jungs werden automatisch langweiliger, wenn wir nicht aufhören zu verzeihen. Oder wenn wir nicht langsam anfangen, mal zu verzeihen und die Jungs wieder die Jungs sein lassen. Weil ich finde es so erfrischend, da muss man auch echt mal sagen, was du hier erzählst, ohne dass du dich angreifbar machst, sondern du bist einfach jetzt hier, hier sitzt ein 22-jähriger Spieler, der Bock hat, über Fußball zu reden. Und das würden wir uns viel, viel öfter wünschen und er kann es noch viel mehr beurteilen. Vielen Dank.